So, jetzt gehen wir und nach den Orangen gucken wir nicht, weil, jetzt zeige ich euch gleich, was da passiert ist. Ich muss ja schnell fahren, also da hinten ist ja noch so ein großer Baum. Das ist ja der Hammer. Ich wollte ja so gerne Mandarinen holen, aber nee, das ist mir nix, wenn mir dann da so ein dicker Ast auf dem Kopf liegt. Und hier, willst du da mal hingehen? Zu diesem Ding? Zu diesem Baum? Oh my god, guck mal. Nicht, dass hier jetzt auch irgendwas auf uns krachen. Das wäre ja schrecklich. Also, wir laufen jetzt da hinten lang. Guck mal. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ganz hoch. Da lang? Okay, dann da lang. Hast du hier auch fast ab? Ja, zum Ding. Zum Ding. Zum Dingsgebumst, ich weiß nicht wie es heißt. Also hat hier die Feuerwehr schon die Sachen gesägt, die Äste ein bisschen abgesägt, damit die Autos da vorbei kommen. So, adios!